Weil der Gronkh ja nicht mit aufnehmen kann, können wir jetzt auch nicht viel machen. Also haben wir uns überlegt. Wisst ihr was? Wo wir sie schon hier haben. Die ganzen Haftbomben. Ja! Ne? David, was sagste? Oh, tschüss, sagt er. Das ist immer so, wenn der Dennis nicht da ist, hast du der Waller auf. Hahaha! Geil! Ich hab den Göker aus der Luft geholt mit ner Haftbomben, alter. Mega shit! Alter! Kevin! Ja, voll! Ich schalte mal grad nen Special Guest dazu. Hallo Freunde, es ist wieder Mönch. Hahaha! 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 Wie geil! Ich liebe sie, diese Haftbomben! Oh, ich hab nen Gangangriff gesta- Hahaha! War das nicht aus dem Diponia-Handskirchen gerade? Was? Was war das denn? Boah! Boah, geht das ab! Boah! Oh, wer sind da mitnehmen hier gespawnt? Säune! Ich, ich war es nicht. Hahaha! Du Sack! Du kleiner Sack, ey! Ne, macht das verdammt gut, aber nix da, Regi. Sorry? Die Granate muss gezückt werden. Hahaha! Geil, die tickt noch, die tickt noch! Hahaha! Wie mega! Hast du's gesehen? Selbstmordantag. Aber ich lag unter dem Auto, die Granate ist schon gezogen, den Stift und tot lag. Warte! Warte! Boah, Alter! Hahaha! Geil, Tobi, du Arsch! Das finde ich, du kriegst rechts, Alter! Unglaublich! Hahaha! Ja, ich liebe diese Granaten! Ich liebe sie! Oma! Haben wir doch Curryking? Oma! Haben wir doch Curryking? Oma! Haben wir doch Curryking? Haben wir doch Curryking? Oma! Haben wir doch Curryking? Alter, Schnauze! Alter! Igg, egal! Gibt's aber nicht! Ey, das sind so geile Szenen teilweise hier drin schon. Die so übertrieben sind halt. Du boxst dich, mit wem kommt LKW, mit dem Benny fährt ja alle tot. Ja! Endlich! Beides e Быle! Der hat mich echt weggebatzt. Schade, 8 zu 5 für Laserología! Muss ich sagen, muss ich sagen!! Da muss man nämlich stehen, dem Gürkchen, ja? Steht der da oben? So. Dem kleinen Axel. Lasergürkchen. Oh, weißt du, da bin ich endlich beim Balle und dann fällt er um, ey. Ja, ey, der David, alter. Ey, das geht mir immer so, wenn ich zur Warte nach Hause gehe, weil ich besuche den gerade, alter, komme ich durch die Tür, fällt er einfach um. Ja, bei dem Geruch, alter. Ja, bei dem Wunder. Die Wohnung stinkt einfach so nach Verwesung. Nein, Benni! Schlimm. Wer lebt denn da noch? Was? Was? 4 zu 3? Ja, du kleiner Wurm. So, jetzt. Du kleiner Schniebohr mit Currysoße. Ciao, 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 Bella. Der Laserbuke sieht aber auch aus wie ein Bulle. Hä, bist du nicht tot, alter, was? Alter, was? Ist das schön? Ist das schön? Ne, aber eigentlich kann man ja auch verraten, bei dem ganzen Hate ist der Dennis eigentlich ein ganz Lieber. Ja, also. Bei dem ganzen Hate, wieso, was heißt das denn? Den wir sonst über dich in Foren schreiben. Ja, das ist so schön. Schön, irgendwie. Die sind heute wieder alle nett, die haben heute alle wieder ein Nettigkeitsbild. Ja, du bist ja wieder da, Alter. Jetzt werden wir drei Tage loszuspringen einfach um Skydive zu machen. Oh, ich kriege gerade eine Message am 14.2. ist Valentinstag. Genau so ist es. Und es könnte ja sein sogar, dass diese Folge vielleicht ja um den 14.2. zumindest herum erscheint. Und dann wünsche ich euch schon mal an dieser Stelle einen frohen Valentinstag. Wie der Falle dann immer in so eine Tonlage verfälscht. Ja, ne, so. Alter, aber nicht mehr. Ich kriege gerade eine Message herein, auf das Ganze. Ich kriege gerade eine Message. Ja, wer soll ich sagen? Ja, kleiner Spieler. Es ist Valentinstag. Heute wird gepoppt, was ist Zeug, ey. Ja. Damals gab es das gar nicht. Der einzige, der sich da irgendwie drum beschert hat, war meine Oma, um den Valentinstag, der mich zum Namenstag angerufen hat. Und heute, das ist ja die letzten 15 Jahre so. War meine Oma jetzt übrigens auch Valentin? Was ist das da vorne? Ey, wir fliegen da. Läder Gurke! Na komm, flieg hier rein, flieg in den Rotor, komm! Alter, Alter! Wie geil sah das denn aus? Krass! Das sind doch Freunde! Ihr müsst nicht warten, hier gibt's mehr Explosionen als bei Bin Laden! Was? Wes? Wes? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Was? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Was? Was? Oh mein Gott! Oh, Kakis! Alter, Lasergurke auf! Karglas repariert, Karglas räumt auf! Was? Unser alles gebildeten Karglas mit dabei, ja? Was? Oh meine man, bitte auf ey. Gehen wir mal zur anderen Seite! Warte, Tobi! Erik komm, Erik komm komm Tobi Komm komm Tobi Warte, 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 Vorsicht, da geht was runter Alter was ist denn hier los? Alter was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was macht die denn da? Was ist denn hier los? Jaaa Jaaa Tobi Genau, mach das Na? Wir könnten mal versuchen Deine Mutter schrubben oder was? Mit Atta Entschuldige Tobi schnell 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 die Schweine kommt Tobi schnell rein Tobi komm doch rein Jaaa Ja ja das war eine schöne Folge Heute hier oder Freunde mit Helis Und viel Explosionen Viel Liebe, viel Hass Die Fresse, also nicht du sondern die Alte Wie hat die hier telefoniert? Entschuldigung da lief ja nämlich gerade einer rum So dann eben du Die Fresse sagt er einfach Das war eine schöne Folge Ja, die Fresse Räschi hat die, Räschi hat sich die geschnappt Gibt der so Gas der Scheißkopf ey Wer fährt denn jetzt eigentlich hier gerade? Äh ist das eine gute Frage Heideltraut Ohne Anhänger Warte da meint das hier Ach geil Ihr bleibt da drauf, weil ihr könnt nämlich gar nicht runterfallen Und ich muss versuchen euch runterzuhalten Ohhhh Ich hab gewonnen Der Tobi ist schon beim Bagger Ja komm mit mir, komm mit mir Ich bin hier auch bei einem Bagger Achso Tobi was war das denn? Warte Tobi warte mal Geh da mal rein Ne das ist Laser, das ist Curry Okay Der hinten langweil Oha Tobi, ach... Nein, oooh Ja Sollten wir nicht nochmal was anderes? Wer hat doch erst PvP oder? Pfff Pfff Hahahaha Voll den Kopf Junge Alter Oh der sieht auf einmal Alter wie geil War das denn gerade? Wie die alle langlaufen die Cops hier alter Bei Benni läuft die Knallert mit dem durch ey Gönn mir Warte gönn mir Alter Geil Das war geil Hahahaha 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 Der Tobi ist eine kleine Bastard Wie er sich tot lang Hahahaha War aber geil War geil ey Darf der Gron auch hier drauf in die Heideltraut Walle? Ja Wenn du mein Let's Play kaputt machst alter Dann sabotiere ich deinen Channel Oh tschüss Du machst das schon selber Hahahaha Oh Bleibt in der Zugstube jemand gucken Nein Ist die Deutsche Bahn dauert ein bisschen Ja Steckt gerade irgendwo fest Die müssen gerade kleine Kinder aus dem Zug werfen Hahahaha Klimaanlage läuft nicht mehr Hahahaha 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 Warum soll das denn machen? Warum soll das denn machen? Warum soll das denn machen? Was ist denn hier los? 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 Hä? Warum schwankt der Container so? Ich hab keine Ahnung Weil ihr übergewicht alle hinunterschmeißen Bestimmt weil ihr alle besoffen seid Hängt Boris Becker wieder im Innenraum, wa? Hahahaha 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 Wir müssen die Challenge jetzt hier aber beenden Warte du bist im Helikopter Hahahaha 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 Nächster bitte Nächster bitte Oh nein Nicht das Auto Curry was machst du? Ey wo hat Rechi denn die, 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 der Motorrad her? Klingt der hier die Alchemisten? Hahahaha Geil Hahahaha Hahahaha Du bist ja dann hier zu trubbeln Der Profi, Alter Der Wheelie, Alter Der Wheelie King Ich war früher mal so bei so nem Zirkus Okay, bist du bereit Dennis? Drei 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 Hahahaha 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 Was was war das denn? Hahahaha 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 Warte ich komm nochmal drauf Hahahaha 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 Ja warte ich warte noch bis sie runter sind Hahahaha Ihr fahrt, ihr habt so ein Affenzahn drauf Mit dem Volvo Oh nein, der hat jetzt auch noch alles versperrt, so wie ich jetzt bin. Scheiße! Kann man jemand anschieben, bitte? Kann man jemand anschieben? Dann steckt der Tobi einfach auf. Ja, steck auf, Baby. Komm, lass mal parallel los haben. Nee, parallel ist ungut. Warte, warte, ich muss auch drehen. Rückwärts, komm. Richtig geil, oder? Soll man probieren? Ja, geil, richtig geil. Oh mein Gott. Was für das denn gerade? Oh, Hilfe, du steckst in mir. Oh Gott. 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 Bis zum nächsten Mal.